Hallo und herzlich Willkommen an der Universitätsbibliothek Heidelberg. In diesem Video erfahrt ihr das Wichtigste über die Benutzung der Hauptbibliothek Altstadt. Kommt in der Hauptbibliothek vorbei. Wenn ihr direkt nach der Eingangstür geradeaus durchlauft, erreicht ihr das Informationszentrum, genannt ITZA. An der Informationstheke werden eure Fragen gerne beantwortet. Die Arbeitsplätze könnt ihr für die Literatur und Online-Recherche nutzen. Wendet euch nach der Eingangstür nach links und benutzt gerne eines der vielen Schließfächer auf dem Weg. Denn im Lesesaal sind nur durchsichtige Taschen und Flaschen mit Wasser erlaubt. Die Schließfächer könnt ihr ganz einfach mit eurer Studierendenkarte abschließen und öffnen. Nun sind wir auf dem Weg zur Ausleihe. Diese findet ihr am Ende des Ganges. Die Ausleihe ist eure Anlaufstelle, um Literatur zurückzugeben. Außerdem habt ihr Zugang zum Freihandbereich, um Bücher auszuleihen. Um in den Freihandbereich zu kommen, durchquert ihr diese Schranke und geht im Treppenhaus nach oben. Das ist das zweite Magazingeschoss, genauer der Selbstabholbereich. Wenn ihr Bücher bestellt habt, findet ihr sie hier, nach der Uni-ID sortiert abgelegt. Vom Foyer aus gelangen wir über zwei Treppen in die obere Etage des Altbaus. Dort befindet sich auch das Multimedia-Zentrum MMZ. Wenn ihr Mitglied der Universität Heidelberg seid, könnt ihr die voll ausgestatteten PC-Arbeitsplätze nutzen. Zurück im Foyer der oberen Etage erreicht ihr rechts den Eingang zum Lesesaal. Der Lesesaal ist auf drei Stockwerke aufgeteilt und bietet neben 1000 Arbeitsplätzen auch Einzelarbeitskabinen und Gruppenarbeitsräume. Ihr findet hier grundlegende Literatur der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die aktuellen Ausgaben der wichtigsten Zeitschriften sind in der Zeitschriftenheftauslage im dritten OG. Sucht euch einen der Arbeitsplätze aus und arbeitet in einer ruhigen und angenehmen Atmosphäre. Lasst uns nun gemeinsam einen Blick auf die Homepage der Universitätsbibliothek werfen. Ihr könnt euch hier in der linken Spalte ganz leicht für die Nutzung der Bibliothek registrieren. Stellt zuvor bitte sicher, dass eure Uni-ID bereits für euch freigeschaltet wurde. Wie könnt ihr nun aber die Literatur finden, die ihr braucht? Hier wird uns Heidi weiterhelfen. Heidi ist der gemeinsame Katalog aller Bibliotheken unserer Universität. Wenn ihr den Katalog zum ersten Mal benutzt, werdet ihr aufgefordert, eine Leihstelle zu bestimmen. Das ist die Bibliothek, in die eure bestellten Bücher gebracht werden sollen. Nun geht es darum, Suchbegriffe einzugeben. Idealerweise schreibt ihr zwei oder drei wichtige Begriffe und lasst dabei Artikel und Präpositionen weg. Wir suchen jetzt nach Literatur zum wissenschaftlichen Schreiben. In der Trefferliste rechts seht ihr, ob die Bücher im Moment verfügbar sind. Manche Quellen könnt ihr auch direkt online aufrufen. Markiert euch außerdem gerne auch einzelne davon und lasst euch diese von Heidi in einer Merkliste sammeln. Manche Literaturquellen sind nur per Bestellung verfügbar. Klickt in solch einem Fall einfach hier. Unter Angabe eurer Uni-ID könnt ihr das Buch bestellen. Wenn ihr ein Buch aus dem Freihandbereich ausleihen möchtet, notiert euch bitte die Signatur des Buches. Anschließend klickt ihr auf den 3D-Plan, um zu sehen, wo ihr das Buch findet. Der rot markierte Bereich zeigt euch das entsprechende Regal und hier in der Leiste seht ihr, auf welchem Magazingeschoss sich das Buch befindet. Lasst uns zurück in Richtung Ausleihe gehen. Wenn wir die Treppen im hinteren Bereich hochgehen, finden wir das gesuchte Buch. Bitte merkt euch außerdem, dass es hier hinten im Freihandbereich diese kleine Treppe gibt. Die Geschosse 1 und 4 können nur über diese Treppe erreicht werden. Hier am Ausleihschalter könnt ihr die Bücher mit eurem Studierendenausweis ausleihen. Die reguläre Ausleihfrist beträgt 20 Öffnungstage, für Zeitschriften sind es 10. Habt ihr noch weitere Fragen zu unseren Serviceangeboten? Dann seht euch gerne unser Kurs-, Beratungs- und E-Learning-Programm an. Unsere Kolleginnen und Kollegen an der Informationsthege im Informationszentrum, also im ITSA, helfen euch außerdem immer gerne vor Ort mit euren Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch alles Gute und eine schöne Zeit in der Universitätsbibliothek. точки ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020